Den muss ich nehmen Hier kann ich mit der queen ran das mache ich zuerst Queen Luftabwehr sollte gleich kommen Kanone Und luftabwehr So und jetzt gucken wir mal dass die sich eventuell noch auskäst hier weil wenn jetzt auf die kanone geht Ich bin leicht so ein bisschen im rage mode so ein bisschen Ne ich greife von ihm im king an weil alles andere ist glaube ich ein bisschen quatsch hier noch schön die Geht gar nicht Ich bin heute glaube ich nicht so für die angriffe gemacht Na das klappt das schon mal ein bisschen besser hier rage ist richtig schön verteilt hier so jetzt mach mal hier richtig lack Alter was geht wo sind meine loons ich habe direkt drauf geguckt das ist ja richtig krass wie es die zerballert hat Alter das ist ja nicht mehr schön Alter das ist ja nicht mehr schön Na okay das war's auch Alter ich muss aufhören mit feilen Das gibt's doch gar alles echt nicht mehr schön echt also jetzt wirklich 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 So hier rein genau ok mauerbrecher haben es schon vorher ihre arbeit gemacht das passt also auch das ist in ordnung Hier haben wir noch mal kurz zwei earthquake rein die wir einfach noch haben Dann sollte es leichter sein die mauer zu durchdringen Jo passt also die heiler sind da noch stramm dabei Jetzt klar logisch schnell die luftabwehr weg killen Dass die mein king hier noch schön genau jetzt ist das rathaus weg Alter verwalter das kannst du keinem erzählen Echt das ist nicht also da muss ich echt sagen also da muss ich auch wirklich noch bei der Taktik bleiben und da muss ich mehr rausholen ich meine klar jetzt könnte man natürlich sagen naja die aufteilung ist doof man Könnte die so und so machen klar haut da auch noch mal ein paar tipps raus weil ich denke wirklich dass ich jetzt wenn ich Die die queen halt verwenden um da eine luftabwehr raus zu machen ist. Sorry ich habe mir hier wieder ein milchshake rein Dann ist das in ordnung aber Ja also das ist noch nicht so der weißheit letzter schuss Schön das dunkle weg in der zöln hier aber der hätte definitiv Tausendmal mehr drin sein müssen Ja klar jetzt kriegt er hier schön auf den sack obwohl das wirklich gut lief mit den heilern die haben nicht zu sehr auf den sack bekommen Ja das ist ein witz das ist gar nichts das ist null Den würde ich nehmen Hier easy hier sehr easy Sehr geil Okay Okay bei ihm auf jeden fall also richtig hart Also egal was er macht also dagegen hat er jetzt es da Kann ich schon sagen egal was ich mache das ding kriege ich auf jeden fall hin Hier nehme ich definitiv noch schön den luftfeger außer betrieb Und dann sollte das eigentlich eine ganz lockere nummer werden Gucken wir mal also die queen kann natürlich noch viel mehr regeln hier aber Das ist natürlich die frage von wo wir reingehen Habe ich mir nämlich zuvor noch gar nicht gestellt die frage Ah okay er ist natürlich jetzt scheiße dass die hier dieses kletter haben Damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber gut okay ich glaube nicht dass meine gesamten loons weg ballern Aber man weiß halt nie Er hat war auch nicht clever da hinten war nicht clever auf keinen fall Ja so viel zu dem thema war die skelette Knallen hier echt meine loons komplett auf den tisch Alter das gibt es nicht Okay also definitiv dazu gelernt man muss was dabei haben was die skelette außer betrieb setzt also klar die queen wäre natürlich in dem fall am besten Jetzt lasst sie nicht die heiler klauen also jetzt reicht's Junge ja die können so wenig effektiv und dann sind sie aber doch so kriegsentscheidend Gucken wir mal ob wir hier Der queen sogar noch irgendwie was Abnehmen können Hier das ist schon fast down ich denke mal da sollte die dann hoffentlich in dem bereich dann rumspielen Komm ich riskiere es ich habe hier noch einen kleinen flash rein Flash mich noch mal als die mauer ist schon mal down und dann sollte die sich dadurch kämpfen und dann noch machen und wie auch immer Das sollte was werden 50 sekunden ist auch jetzt nicht so wenig ich haue jetzt den rage raus weil ich jetzt klar die kleinen truppen Äh wir haben jetzt nicht irgendwie durch irgendeinen flächenschaden gekillt und jetzt müsste die queen wenn sie jetzt nicht ganz doof ist Hier die mauern kaputt machen Mauer kaputt hier so bitte Oh mädel jetzt lasst sie nicht nur von ihm auf den sack hauen Hau ihm auf den sack Genau war männlich die aktion auf jeden fall war männlich Ja toll aber das war ziemlich weiblich hier von dir hier ich bin nicht sexistisch Aber das war natürlich eine nummer hier hier hätte es echt ein bisschen gas geben können queen Alter das muss viel besser werden Also Es ist okay aber das ist gar nichts also man hätte hier viel mehr holen müssen Auf jeden fall also setzt euch doch bitte auch ran guckt mal Wie es wie es bei euch klappt sage ich mal läuft das besser Hier hauen wir einen lava hund raus der würde natürlich dann schon mal die skelette auch killen so ein bisschen Ich würde mal sagen in verbindung mit ein paar luckys haben wir noch mal ein paar luckys raus Oder nämlich drachenbabys Ach kommt scheiß drauf lasst lasst drachenbabys nehmen Das war die noch Ah ja drachenbabys Mh am arsch sind die teuer Alter 15 fucking 1000 Nee Ganz bestimmt nicht Wird nicht passieren dann lieber eher wirklich ein paar luckys Hier sind zehn luckys und dann passt das ich gucke mal gerade ja gold habe ich gar nichts bekommen Okay, also das war das waren bis jetzt total wirklich totale fehl angriffe ich hoffe ihr seht beim nächsten mal wieder ein bisschen besser Und dann gucken wir eventuell aber eigentlich würde würde also ich Ich würde mal wirklich sagen ich hoffe es wird euch nicht langweilig wirklich jetzt bei den nächsten videos in dem bereich Weil ich würde da schon echt gerne so lange machen bis ich wirklich ein richtig geiles ding zaubern kann Ich weiß diese road to richtig geiles ding zaubern könnte was länger wäre denn ich glaube ihr wisst was ich meine aber Ach kommt gebt euch das gebt euch das einfach Ich hoffe es mal also wie gesagt ist auf jeden fall besser als boogies und Goblins ich probier's haut mal rein ich wünsche euch was